Willkommen zu einem neuen Video, ich bin wieder, feste Bein mit meinem Kameramann Hoi Okay, weiter machen wir, ähm, Wahl oder Pflicht Ja, können wir auch mal bitte weitergehen Wir haben hier Wahl oder Pflicht, so, ne, Becher, hört sich aus Du weißt Man hat zwölf, äh, Wahl und, äh, acht Pflichten Ich gibt nur, ich sag nur eins, es gibt, ähm, paar unangenehme Fragen Paar unangenehme Fragen und paar unangenehme Deswegen schau ich das Video ab 18, bevor wir selber nicht aussehen Tschüss, macht los Nein Diese Logik Was heißt das überhaupt 18 ASK? Ich weiß es nicht Die Antwort halt dein Maul Auf jeden Fall, halt deine, äh, Special-Serie Ich hab außen so etwas vorbereitet Ich hab außen so etwas vorbereitet Ich hab außen so etwas vorbereitet Ja, ich hoffe, es macht Spaß So, du fangst an, weil du bist jetzt Opfer von der ganzen Serie Ich hoffe, es macht einfach nicht Spaß Also, wie gesagt, zwölf, äh, Wahrheiten und auch Pflichten, weil ich Bock drauf hatte Okay Jeder von uns für zehn Sachen wenigstens zieht Okay Ich schau die Flasche an, du nimmst die Scheiß zur Pflicht Oder Reis Ja, was auch immer Okay Was steht drauf? Sie müssen es laut aussagen Ähm, würdest du schon einmal ein Porno schauen erwischt? Ne, wurdest du beim Schauen eines Porno schon mal erwischt? Was ist das überhaupt erwischt? Ich weiß nicht Also, ich hab schon mal manchmal mit, äh, einer gewissen Person Aber das ist ja nicht erwischt Wir haben ja auch keine, äh, ne? Und da stecken die Sachen damit gemacht Wir haben den nur angeschaut Also, wichtig ist, wenn einer reinkommt und dich auch wieder erwischt Was war das? Ja, genau so So wirst du sein, wenn du da erwischt wirst So, Bruder musst du los Nein Noch nie Okay Äh, dann mach einfach dein, dein Zettel da Warte, die sollte Nein Ich werd so, Leute Okay Machen wir einfach so, du, äh Ich zieh es für dich Ja, wo hast du ein Zettel jetzt gemacht? Weggeworfen Ja, wir sind wirklich ziemlich, natürlich Was steht drauf? Würdest, äh, was war die dümmste Aktion, die du äh, betrunken gemacht hast? Ich hatte keine dumme Aktion Weil ich war's, äh, ich war's ein wenig leicht anbetrunken, aber da war nix dummes Was hast du da so gut gemacht? Ich hab halt nur etwas mehr gelacht, halt, über die dümmsten Sachen, aber Geh dein Esel bei die Bar, was machst du für ein langes Gesicht? Das ist eigentlich doch ein Pferd eigentlich, warum siehst du so langes Gesicht? Ja, ich hab ein Esel Alles klar, ja So, jetzt, jetzt ist er dran Ähm, boah, Alter, was ist denn immer schnell? Junge, schnell, mutterleise Junge, schnell, mutterleise Junge, schnell, mutterleise Okay Nein Okay, ähm Gott Das kann ja etwas werden Ich wollte jetzt das hier rummachen Ey Okay, ähm Lieblings Zeichentrickfilm als Kind Ah Das ist einfach Ähm, Oso Kenn ich nicht mehr, okay Oso war mein wirklich, das war aber, das war mein Liebling Aber auch so gleichzeitig mittags, das war so, weißt du, wir wollten da schauen, ne Ich war so ein Kind mit meiner Oma, man hat so ganz groß von mir Wir waren so gelernt Okay, Ende Nein, nein Wenn Essen auf den Tisch gekommen ist, ne Ja Dann mussten wir uns da hinsetzen, ne Das heißt, die Serie, unser Lieblings Zeichentrick ist gelaufen Oh, so, yeah Und dann Essen und so, scheiße Dann haben wir Fernseher ausgemacht, aber da wollen wir mal wiederholen Und, äh, Dragon Okay Tja, das, ja Okay Dann zieh das nächste für mich, bitte raus Bitte lass mich rein Bisher sind auch nicht so, äh, schlimme Fragen gekommen Nein, das war so gemütlich Bisher noch Das ist mein guter Hand Äh, jetzt kommt die zweite Frage Ich werd mit dir jetzt bekomm ich etwas dummes Also, etwa Das hab, äh Du musst dich daran erinnern Ich hab die selbst geschickt Wieso ändern lassen? Von der anderen Person, glaub ich Nein, nein Wenn Oder Von der, äh, vom anderen Vom anderen Wieso ändern lasse ich am anderen Ja, okay, mach dann Das bringt wieso nix, mein Handzug zu So scheiße Fertig Okay, Leute, warte Nehm die Kamera an, mach die nicht scheiße aus Weil ich spring dich um Nein